Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Steffi und ich freue mich sehr, Dich heute zu meinem neuen Kurs Bodega Moves begrüßen zu dürfen. Auf Dich wartet ein wundervoller Mix aus klassischen Functional Workout Übungen, die gezielt Deine Bein-, Po-, Rücken- und Bauchmuskulatur trainieren werden und kraftvollen Übungen aus dem Power-Vinyasa-Yoga. Es wird anstrengend, schweißtreibend und Kalorien werden hier ordentlich verbrannt. Deine Fettverbrennung wird so richtig schön auf Touren gebracht. Kämpf Dich durch die schwierigen Passagen durch. Dein Körper wird es Dir danken, denn er wird kraftvoller, athletischer und beweglicher werden. Ich wünsche Dir jetzt viel Spaß bei dem Workout, viel Spaß beim Schwitzen, Powern und ordentlich Kalorien verbrennen. Leg Luft! Sch המ�기는 Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Beinigen! Vielen Dank.